Eivor, schön, dich zu sehen. Weit vor aus Eiern. Was geht denn da drüben vor sich? Ist dir so etwas schon mal untergekommen? Was ist denn los? Die Tiere auf der anderen Flussseite. Sie drehen völlig durch. Mein Schwein biss sich durch den Zaun und sprang in den Fluss. Es hat versucht, hinüber zu schwimmen. Ich habe Krähen gesehen, die sich gegenseitig angriffen. Was hat das zu bedeuten? Unruhigend. Mein Rabe sieht vielleicht mehr. Söhnen! Söhnen! Ist wohl auch betreut. Wir müssen etwas tun. Glaubst du, wir sind in Gefahr? Ich werde dem nachgehen. Ich werde dem nachgehen. Was ist das für Seyda? Was ist das? 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 Ah, ein verborgener Raum. Scheint das Werk von Römern zu sein. Ist das Englerland? Manche Orte sind hervorgehoben. Was ist das? 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 Die Werkstatt eines Verrückten. Sehr beeindruckend. Was ist das? 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 Öffnen. Was ist das?